Dieses Jahr haben wir die meiste Zeit vor und hinter der Kamera verbracht. Und ich freue mich über diese Videobotschaft zum Ende des Jahres. Denn wir alle wollen Ihnen und euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Die IBO-Kolleginnen und Kollegen sagen Danke. Ich bin dankbar dafür, dass viel Veränderung in diesem Jahr stattgefunden hat. Ich bin dankbar für Musik. Ich bin dankbar für meine Familie und meine Freunde und bin froh, dass alle gesund durchs letzte Jahr gekommen sind. Ich bin dankbar dafür, alle persönlichen Herausforderungen dieses Jahr zu meiner Zufriedenheit gemeistert zu haben. Für IBO, für meine Familie, für mein Kind und für diesen tollen Hund. Und für die Ärzte und die Pflegekräfte. Ich bin dankbar dafür, dass ich in einem Umfeld arbeite, wo es um Lernen, Weiterbildung und final um persönliche Entwicklung geht. Ich bin dankbar, dass ich dieses Jahr den Baum nicht alleine schmücken muss. Ich bin dankbar für die Geschenke von IBO für die Mitarbeiter. Und ich bin dankbar, dass ich sie dieses Jahr nicht einpacken musste. Ich bin sehr, sehr dankbar für unsere tollen Kollegen hier, dass wir auch in Zeiten von Corona einen wunderschönen Zusammenhalt hatten und uns gegenseitig unterstützt haben. Für ein warmes Zuhause und einen gefüllten Kühlschrank. Ich bin dankbar für die wertvolle Zeit mit meinem Sohn. Danke allen Kolleginnen und Kollegen dafür, dass ich in dieser herausfordernden Zeit voll und ganz Mensch sein durfte. Ich bin dankbar dafür, dass wir auch in diesen Zeiten digital zusammen arbeiten konnten und trotzdem näher zusammengerückt sind. Wir haben viel Freude unter den Kollegen gehabt. Wir haben Freude mit unseren Kunden gehabt. Es hat Spaß gemacht, mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für unsere Kunden, die uns nach so langem Lockdown immer noch die Treue halten. Und ein großes Dankeschön allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ihr habt uns ein Trainingsjahr voller Inspiration und Freude beschert. Ja, ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig hineinnehmen mit in diese Punkte, wo wir Freude hatten, wo wir dankbar sind. Und so bleibt es mir, Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen, ein glückliches neues Jahr. Und wir freuen uns auf jeden Kontakt, den wir mit Ihnen im nächsten Jahr haben dürfen. Hallo. Hallihallo. Eins, zwei, drei, Test. Soll ich schon anfangen? Das schneidest du raus und es gibt kein Outtake. Augen auf, rauch rein. Ich bin... Ich bin breit. Diesmal kommt nichts von mir. Also das ist die Kamera, die zählt. Das Zeichen. Wo war das Zeichen? Ich bin ja auch ein Fuchs, ne? Meine Beine sieht man nicht, oder? Ich freue mich, hat Wer das immer gesagt. Da kommt nichts rein. Ich bin ja... Zack. 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 Wuhuuu. Aus der IBO-Familie. Hans-Georg hat IBO gesagt, hundertprozentig. Ich... Ich darf das. Ich... darf das. Das ist nur für Fortgeschrittene mein Beitrag. Viele Grüße an mein Fanclub. Danke, danke, danke. Mehr Euphorie geht nicht. Jetzt aber mal ernst. Katrin. Ja, Entschuldigung. Tschüss und auf Wiedersehen. Eieieieiei. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.